Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Wir Schalker haben ja eine Reaktion auf den schwachen Auftritt bei Votor Düsseldorf gezeigt und Paderborn mit 2-0 geschlagen. Doch eines war uns Königsblauen auch am 23. Spieltag nicht vergönnt, einen Elfmeter zu bekommen. Die Schalker sind neben Ezgebege Aue die einzige Mannschaft der Liga, die in dieser Spielzeit noch ohne Elfmeter sind. Dabei gab es ja auch gegen Paderborn wieder durchaus mehr als strittige Szenen. Bereits in der ersten Halbzeit sprang der Ball nach einem Eck an die Hand von SCP-Innenverladiger erstmal Van der Werf. Im Durchgang 2 blockte Marco Schuster eine O-Wian-Flanke aus kürzer Distanz mit der Hand. Aus meiner Sicht fand ich die erste Szene mit Van der Werf eigentlich nicht Elfmeter würdig, bei der zweiten hingegen aber schon, da hat es mich schon überrascht, dass sich das nichtmals angeschaut wurde. Und dass der Pfiff auch jemals ausblieb, sorgte auch bei Merk Büskins für Verwunderung. Der Co-Trainer postete die beiden angesprochenen Szenen und ließ einen unmutfreien Lauf. Büskins war mit dem Frust auch mit einer kuriosen Wette. Sollten wir in der laufenden Saison doch noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen, dann grille ich für die Gäste von Waren durch die Nacht in Gelsenkirchen. Bin echt gespannt, ob es zu einer Einlösung kommt. Denn besonders mit Blick auf das Aufstiegsrennen sorgt die Statistik für Verwunderung. Der SV Darmstadt, St. Pauli und Werder Bremen durften jeweils dreimal vom Punkt ran. Der Hamburger SV bekam sogar ganze sechs Strafschüsse zugesprochen. Und das ist Liga-Höchstwert. Und ausgerechnet ein Ex-Schalker hat in dieser Saison die meisten Strafschüsse verwandelt. Guido Burgschaller trat dreimal an und verwandelte. Gleiches gilt auch für Hamburgs Sonny Kittel und Düsseldorfs Rufen Hennings. Burgschaller hat gestern zum ersten Mal, aber auch beim vierten Versuch gescheitert. Gegen die Schalker hingegen gab es in diesem Jahr erst zwei Elfmeter, wovon aber auch nur einer verwandelt wurde. Und der war allerdings besonders bitter, denn das war ja beim Auslandspiel, bei Werder Bremen am 14. Spieltag, welcher Niklas Füllkrug in der Nachspielzeit durch einen mehr als rittigen Strafstoß wieder ausgleichen konnte. In der kommenden Woche geht es dann für den Schalker zum Karlsruher SC. Und vielleicht klappt es auch dann mit dem ersten Strafstoß der Saison viel wichtiger, mit dem zweiten Sieg in Folge. Und sollte es einen Elfmeter geben, dann löst eben Büskenz auch seine Wette ein mit dem Grillabend für Bedürftige. Also es ist natürlich auch wieder eine coole Aktion von Mike Büskenz und vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Elfmeter zugesprochen. Eure Meinung dazu, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.